Musik Wie viel Management braucht das Handwerk? Das erfahren Sie in unserer Serie mit Betriebsinhaber Rolf Steffen. 1983 hat er seinen Handwerksbetrieb gegründet. Er weiß also, wie Unternehmen funktionieren. Was macht den Unterschied aus zwischen dem erfolgreichen Unternehmer und einem, der immer kämpft? Das ist unser Thema heute. Von Rolf Steffen erfahren wir dazu die fünf entscheidenden Punkte, wie wir uns von dem Kampf verabschieden können. Ja, Herr Steffen, viele Unternehmer, so ihre These, die kämpfen und zwar andauernd. Also sie kämpfen um die Auftragslage, um wenig motivierte Mitarbeiter, um die Zahlen. Irgendwas finden sie immer, warum sie kämpfen müssen. Jetzt sagen Sie, das ist alles unnötig mit der richtigen Einstellung. Da hört nämlich das Kämpfen auf und der Betrieb wird erfolgreich. Ausschlaggebend dafür, und damit sind wir bei Punkt 1, ist, dass der Chef sich ausschließlich seinen Aufgaben widmet. Jetzt sagen Sie, das sind sieben Aufgaben, die der Chef hat. Welche genau sind das denn? Also ich glaube, zuerst muss man mal feststellen, grundsätzlich gibt es viele Aufgaben, die wir als originäre Aufgaben definieren im Handwerk, die wir als Handwerksmeister auch gelernt haben. Dafür haben wir uns entschieden. Und jeder weiß, wenn er in die Selbstständigkeit geht oder gar ins Unternehmertum einsteigen möchte, dann kommen noch zahlreiche nicht-originäre Aufgaben hinzu. Und zwischen diesen muss man unterscheiden. Viele verhaften in der Selbstständigkeit in den originären Aufgaben. Die Chefaufgaben sind zum ersten Mal, sich wirklich Gedanken zu machen um Sinn und Zweck des Unternehmens, um die Ziele des Unternehmens und dann die Art und Weise, wie ich diese Ziele erreichen möchte. Wenn ich jetzt schon sage Sinn und Zweck, dieses Wortpaar wird oft synonym füreinander genommen, stehen auch zum Teil synonym. Aber es ist, wenn man es bei genauer Betrachtung, ist es ein großer Unterschied, ob ein Unternehmen den Sinn, den es erfüllt, betrachtet oder den Zweck. Und auch Ziele müssen Unternehmer erstmal definieren. Viele Unternehmen sind ohne Ziele unterwegs. Wenn ich in Vorträgen mal frage, welche Ziele haben sie als Unternehmer, dann sagt man mir, mit 60 in Rente gehen. Ein bisschen weniger Stress. Ja, haben wir alle. Aber das sind nicht die Ziele, die wir stecken können, um sie messbar zu erreichen. Es müssen Ziele sein, die alle Mitarbeiter auch verfolgen können. Zukunftsvisionen mal zu entwickeln, um Perspektiven aufzuzeigen. Ich müsste mir dann natürlich auch die Karte nehmen. Ich habe sie zurechtgelegt. Also das war der Punkt eins, ja. Die erste Chefaufgabe. Zukunftsvisionen entwickeln und die Unternehmensstrategie hinsichtlich Zielgruppen, Dienstleistungen, Produkten und Geschäftspartner festlegen. Auch hier wieder das Wort Unternehmensstrategie hört man in den wenigsten Handwerksunternehmen. Und auch nur wenige haben sich wirklich mal hingesetzt und eine Zielgruppe definiert. Eine Kundenzielgruppe. Und ich meine jetzt nicht, ob wir nach Privatkunden unterscheiden, Geschäftskunden oder öffentliche Auftraggeber. Sondern nach den Kaufbedürfnissen. Wenn ich die Kaufbedürfnisse meiner Kunden kenne, ein Kaufbedürfnis ist Gewinnstreben. Der möchte so günstig kaufen wie irgend möglich. Ich sage Ihnen, der ist bei uns falsch. Denn der günstigste können wir nicht sein. Andere haben aber ein Kaufbedürfnis nach beispielsweise Bequemlichkeit oder Sicherheit. Der ist bei uns richtig. Denn wir haben einen 24-Stunden-Notdienst. Wir haben einen Wunschterminversprechen. Sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. Sie bestimmen und wir kommen. Wir hängen da ein Preisschild dran. Ist klar. So, wenn ich die Zielgruppe definiert habe, dann weiß ich auch, welche Produkte kann ich wählen. Welche Geschäftspartner brauche ich. Auch dazu haben sich wenige Gedanken gemacht. Ist aber kein Hexenwerk. Also ich brauche eine Strategie und eine Zielgruppe. Ja. Was ist darüber hinaus? Daraus kann ich dann tatsächlich meine Geschäftspartner und andere Dinge ableiten. Das ist die Basis. Ich würde mit der Zielgruppe beginnen. Die ist nämlich Teil der Strategie. Ja. Zum Dritten. Ein Mitarbeiter-Team bilden und zielorientiert führen und dessen Motivation fördern. So. Mitarbeiter-Team. Bilden im doppelten Sinne von tatsächlich erstmal zusammenstellen, die richtigen Menschen zu finden. Zum Zweiten auch weiterbilden, befähigen, damit sie eine gute Arbeit machen. Zielorientiert führen heißt, mit den Mitarbeitern Ziele definieren. Messbare Ziele, die dann für jeden Bereich, für jeden Mitarbeiter, das können Produktivitätsziele sein, das können Umsatzziele sein, die dann auch angestrebt werden und auch messbar nachher dargelegt werden. Das ist eine wichtige Sache. Aber dann brauche ich die Ziele. Sind die Ziele nicht da, kann ich die Aufgabe 3 nicht erfüllen. Vierte Chefaufgabe? Das Rechnungswesen wirkungsvoll aufbauen und dessen Ordnungsmäßigkeit gewährleisten. Lassen Sie mich mit Ordnungsmäßigkeit beginnen. Es fällt mir schwer, aber zu oft habe ich es erlebt, dass Kollegen gesagt haben, okay, dann kann ich ja nichts mehr nebenbei machen. Nein. Wenn diese Ordnungsmäßigkeit, rechtmäßige Abrechnung, nicht gegeben ist, sind alle Dinge, die ich Ihnen zum Management sage, nicht möglich. Rechnungswesen organisieren heißt für mich zum Beispiel, dass unsere Techniker Arbeitsberichte schreiben, die maschinenlesbar sind, wenn es analog gehen soll. Sodass daraus die Büromitarbeiterinnen im Minutentakt Rechnungen machen können, ohne irgendwelche Rückfragen. Das heißt aber auch, dass auf den Baustellen Aufmaße gemacht werden, Abnahmen vorgenommen werden, periodengerecht, damit sie zeitnah abgerechnet werden, wo auch wiederum Büromitarbeiterinnen und Büromitarbeiter Schlussrechnungen erstellen können. Und wenn diese beiden Dinge gegeben sind, dass die Prozesse laufen, dann sind auch viele andere Dinge gegeben. Weiter geht es mit der fünften Chefaufgabe? Die Geschäftsprozesse wirtschaftlich organisieren und die Qualität der Unternehmensleistungen sicherstellen. Prozesse definieren. Ein Unternehmen zu organisieren, bedeutet nichts anderes als Spielregeln festzulegen. Und diese Spielregeln muss man lesen können, muss man nachschlagen können. Ich gebe Ihnen mal als Beispiel, wenn wir im Urlaub oder zu Weihnachten so ein Gesellschaftsspiel, Familienspiel machen und es sind Freunde und Kinder dabei von anderen Familien, dann passiert es sehr häufig, dass nach ein paar Minuten Stress aufkommt. An der Stelle muss man zwei Karten ziehen. Nein, da musst du aussetzen. Und dann, ob es liegt, meistens den Müttern erstmal Ruhe zu bewahren, damit da kein Stress in den Laden kommt und die Figuren schon vom Tisch fliegen. Und dann nimmt sie die Spielanleitung. Und in dieser Spielanleitung wird gelesen, unter Umständen steht, Sie können Variante A spielen, Variante B. Daher kam der Stress. Jetzt entscheiden wir uns. Heute spielen wir nach Variante B und morgen euch zum gefallenen Variante A. Diese Spielanleitung ist nichts anderes als im Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem, in dem die Prozesse und die Arbeitsweisen dargelegt werden. Das war übrigens einer unserer wichtigen Erfolgsschritte, dass wir das niedergelegt haben. Und das braucht es, sonst verharrt der Chef wieder im operativen Geschäft und muss erzählen, wen er wann wo einteilt. Und das darf nicht passieren. Zwei Aufgaben haben wir noch, die der Chef übernehmen sollte? Die Unternehmensidentität in Design, Kommunikation und Verhalten prägen und Vorleben. Die Unternehmensidentität, da spielt ganz viel rein. Man könnte es zusammenfassen in eine Unternehmenskultur schaffen. Eine Unternehmenskultur, die zeigt dann auch, wie ist die Kommunikationskultur, wie ist die Informationskultur, wie ist das äußere Erscheinungsbild, wie ist das Wording. Da spielt sich auch wiederum rein Sinn und Zweck des Unternehmens. Sie werden sehen, diese Ziele kommunizieren miteinander. So gibt es bei uns zum Beispiel nicht den Begriff Helfer. Auch nicht für solche, die keinen Berufsabschluss haben. Kurz erklärt, dann sieht man auch, wie komplex die ganze Geschichte ist. Bei uns bekommt jeder, damit er sich mit dem Unternehmen identifiziert, mit der Einstellung, auch jeder Auszubildende, eine Besittenkarte. Mit dieser Besittenkarte sollte er zu Hause Werbung machen, er sollte stolz sein. Er sollte sich identifizieren, ich bin bei Steffen. Wer würde mit einer Besittenkarte arbeiten, wo drauf steht Helfer? Niemand. Niemand. Ist auch nicht wertschätzend. So, deshalb haben wir, auch nach juristischer Beratung, für den Helfer eben den Fachmitarbeiter. Facharbeiter geht nicht, aber Fachmitarbeiter funktioniert. So, in Leistungsbereich XY. Und wenn man diese Dinge richtig betrachtet, wir haben auch eben nicht den Monteur, den Begriff Monteur. Wir wählen heute Techniker, Servicetechniker, Kundennästechniker, ist wertschätzender. Also, diese gesamte Erscheinung, die gesamte Unternehmenskultur ist eben mit dieser Chefaufgabe 6 gemeint und die muss entsprechend geprägt werden. Und dann haben wir noch Nummer 7. Die geplanten Ziele permanent überwachen und gegebenenfalls Kurskorrekturen einleiten, nicht Zielkorrekturen. Der Chef ist der Kapitän, muss den Kurs ändern. Ja, der Chef ist der Kapitän, das heißt, er legt die Ziele fest und jetzt muss er gucken, dass wir auf Kurs bleiben. Es wird immer wiederum Hindernisse geben, die müssen umschifft werden, keine Frage. Dann kann man wieder Kurs aufnehmen. Und das ist im Grunde genommen das Controlling. Nichts anderes als Controlling. Die kaufmännische Betriebswirtschaft, dass man zeitnah die wichtigsten Zahlen parat hat. Unternehmensziele sind unter anderem auch Umsatzziele, Kostenziele, Gewinnziele. Und diese müssen monatlich geprüft werden. Ich kann nicht ein ganzes Jahr auf einen Kurs fahren und dann am Ende feststellen, du hast da völlig nebengelegen. Und so braucht es Zwischenziele, das sind monatliche Ziele, beispielsweise die betriebswirtschaftliche Auswertung, die ich monatlich bekomme. Wenn ich am Anfang eine Umsatzplanung gemacht habe und die auf Monate aufgeteilt habe, die sind ja nicht über alle Monate gleich, sondern die variieren ja nach Produktivität, nach Verfügbarkeit der Mitarbeiter, dann kann ich jeden Monat prüfen, ob ich auf Spur bin. Aber zu den betriebswirtschaftlichen Zielen gibt es auch noch andere operative Kennzahlen. Krankenstand, Produktivität, Angebotserfolgsquote und, und, und. Und das ist eigentlich dann auch so die Krönung der Chefaufgabe, weil die kommuniziert mit den Zielen, die ich am Anfang gesetzt habe. Also Chef zu sein ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ein erfolgreicher Chef, der hat auch ein erfolgreiches Unternehmen, sagt sie ja, glaube ich. Was muss ich denn beim Führen beachten? Führen verlangt erstmal Orientierung. Und zwar für den, der führen will. Das haben wir gerade gesagt. Führung verlangt aber auch Orientierung für die, die ich führen möchte. Die Suche nach Orientierung. Das braucht zum Ersten die eben angesprochenen Spielregeln. Verschriftlichung eines Qualitätsmanagements. Aber es braucht auch Führungskompetenz und Führungsregeln. Und eine der wichtigsten Regeln, wir haben drei Führungsregeln definiert. Die erste Führungsregel ist, wir führen mit Zielen. Das ist nicht so selbstverständlich. Die zweite Führungsregel ist, wir übertragen Verantwortung. Das ist etwas völlig anderes als Aufgaben verteilen. Müssen wir uns darüber unterhalten. Und die dritte Führungsaufgabe resultiert aus der Unternehmenskultur und lautet, wir lassen berichten, statt zu kontrollieren. Wer kontrolliert? Ja, weil Controlling darf nicht mit Kontrolle gleichgesetzt werden. Das wäre eine falsche Übersetzung. Controlling steht für Steuern. Aber hier heißt es, die Mitarbeiter sollen die Ziele kennen, führen mit Zielen. Und sollen dann selbst in der Verantwortung stehen, zu berichten, inwieweit sie diese Ziele erreichen konnten, erfüllen konnten. Und wenn da Abweichungen sind, und das ist normal, ich habe fast nie meine Ziele erreicht, mal drüber hinaus, mal ein bisschen drunter geblieben, aber getroffen, in den seltensten Fällen, dann muss man eben hingehen und unterstützen. Und führen heißt auch, Mitarbeiter zu befähigen. Stichwort Mitarbeiter-Motivation ist ja auch ein bisschen kniffliges Thema. Viele Unternehmer, viele Chefs sind ja manchmal an der einen oder anderen Stelle nicht so zufrieden mit ihren Mitarbeitern. Inwiefern bin ich denn als Chef überhaupt dafür verantwortlich, meine Mitarbeiter zu motivieren? Beziehungsweise inwiefern liegt das überhaupt in meiner Macht? Also, grundsätzlich glaube ich, die Motivation muss der Mitarbeiter mitbringen. Dafür ist der Mitarbeiter verantwortlich und nicht der Chef. Aber der Chef ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Und was kaum jemand will, ist, was jeden Tag passiert, Mitarbeiter werden demotiviert. Ich vertrete die These, die aller, allermeisten, ansonsten wären sie Saboteure, gehen morgens in die Firma und wollen einen guten Job machen. Sei es dem Chef gegenüber oder dem Kunden gegenüber zu bekennen, guck mal, das funktioniert, das machen wir. Wer aber morgens früh begrüßt wird, und glauben Sie mir, das ist nie selten, indem der Chef erstmal alle rasiert, alle... Und dann sie fertig macht, mehr oder weniger, und dann sagt, jetzt seid freundlich, und jetzt fahrt in die Kundschaft. Das kann nicht funktionieren. Wir brauchen eine Kultur der Achtung, der Wertschätzung, aber auch der Leistung. Kein Ponyhof, kein Wunschkonzert, überhaupt nicht. Und wenn wir das mit den Mitarbeitern so besprechen, das verstehen die sehr wohl. Viele haben auch Familien und haben ihre Häuser bezahlt, haben Kinder erzogen. Die können das alle, die verstehen das. Auf Augenhöhe funktioniert ganz viel. Also Respekt und Wertschätzung, aber am Ende geht es natürlich für mich als Chef auch darum, dass ich Umsatz mache. Komplexe Frage, schwierige Antwort wahrscheinlich. Was muss ich denn machen, damit mein Betrieb den gewünschten Umsatz macht? Ja, es klingt verrückt, weil viele Kollegen sagen auch immer, kann nicht sein. Sie müssen den Umsatz planen. Lustigerweise behaupten die meisten, Umsatz kann man nicht planen. Und dann sage ich, warum nicht? Ja, du weißt doch nicht, welche Aufträge kommen. Nee, nee. Planen heißt, ich plane nach meinen Kapazitäten, die ich habe, nach meinen Erwartungen und Wünschen, den Kunden, die ich habe, mache ich einen Plan. Wenn ich diesen Plan realistisch mache mit den Mitarbeitern, sodass die Mitarbeiter auch wissen, welche Ziele sie haben, welche Umsatzziele ein Mitarbeiter beispielsweise hat für einen Tag oder für eine Woche und alle mitarbeiten am Umsatz, dann ist das kein Problem. Das Problem ist, dass die allerwenigsten einen Umsatz geplant haben, sondern die handeln nach dem Motto, Umsatz passiert oder passiert nicht. Wehe, er passiert nicht. Kein gutes Deutsch, aber Sie wissen, was ich meine. Jetzt sagen Sie ja, die Mentalität meines Unternehmens bestimmt auch den Erfolg des Unternehmens, also die Haltung, die ich, ja, welche Haltung muss ich mir denn zulegen, um Erfolg zu haben? Also, wenn die allgemeine Lage maßgeblich wäre für den Erfolg, hätte ich keine Lust mehr. Aber wir wissen alle, ich nehme mal einen Vergleich, in Köln ist die Aachener Straße, Mündersdorfer Stadion, ganz lang, auf dieser Straße finden Sie alles. Erfolgreich und nicht erfolgreich. In jedem Ort erfinden Sie erfolgreiche und nicht erfolgreiche. Die Rahmenbedingungen, die wir haben, die gesellschaftlichen, die politischen Rahmenbedingungen, Arbeitsmarktbedingungen, die sind lokal für jeden immer gleich. Der Unterschied kann also gar nicht in den allgemeinen Bedingungen liegen, sondern er liegt in der Einstellung dazu. Viele sehen Sie als Opfer dieser Situation. Nein, die ist nun mal so. Positive Einstellung. Und jetzt sich den Chefaufgaben wirklich zu wenden und zu sagen, it is, wie it is und wir machen das Beste daraus. Und dann komme ich wieder zurück zu den Chefaufgaben, eine Kultur des Miteinanders. Viele Chefs gehen auch in den Betrieb, weil sie glauben, sie müssten morgens gegen die Mitarbeiter kämpfen. Gegen die Träger der Mitarbeiter. Sie müssen das kehren. Wir kämpfen auch nicht gegen unsere Kunden, wir kämpfen für unsere Kunden und deshalb honorieren sie das auch entsprechend. Und das ist die Mentalität, wie stellen wir uns eigentlich ein? Welche innere Haltung habe ich zum Dienen? Welche innere Haltung habe ich zur Kundenorientierung? Kunden in Dienst heißt nichts anderes als Dienen. Aber wenn ich Dienen alleine sage, dann verstehen manche das irgendwie falsch. Und diese Haltung des Gemeinsamen für gemeinsame Ziele zum Wohle aller, das muss es sein. Wenn jetzt jemand von den Menschen, die uns zugehört haben, festgestellt hat, meine Güte, da erkenne ich mich ja wieder. Ich kämpfe ja auch jeden Tag in meinem Betrieb. Was, sagen Sie, muss der als erstes ganz konkret tun, um diese Situation zu verändern? Also die Frage habe ich gestern erst gehört. Da hat einer der Studenten nämlich gefragt, muss ich jetzt ganz von vorne anfangen? Beispielsweise, wenn ich Ziele definieren will, muss ich mich erst mal mit meinen Werten beschäftigen, mit meinen persönlichen Zielen. Weil die kommunizieren mit dem Unternehmensziel. Ich sage, ja, tun Sie das. Und da braucht man nicht so wahnsinnig viel Zeit für, um zu den Unternehmenszielen zu kommen. Parallel dazu kann man sich aber auch mit den Prozessen schon mal beschäftigen. Dass man wirklich mit den Mitarbeitern mal die Prozesse definiert und klarlegt, wer ist für wann, für was verantwortlich. Also Spielregeln definieren, Ziele definieren, bin ich bei den ersten Aufgaben. Da kann man an verschiedenen Stellen anfangen. Und das Tolle ist, das kann ich wirklich so sagen, die allermeisten merken das schon sehr schnell. Die Zeit, die ich dafür aufwenden muss, ist erst mal zusätzliche Zeit. Ja, mein Tipp ist für die meisten, machen Sie einen Abend fernsehfrei. Die Kiste läuft in vielen Häusern zu oft. Machen Sie einen Abend fernsehfrei, ein Fläschchen Wein, setzen Sie sich hin und Sie bekommen die Sache gewuppt. Aber es ist so, dass was ich da investiere in den ersten drei, vier, fünf Wochen oder Monaten ganz schnell dazu führt, dass ich an anderen Stellen viel effektiver bin. Das lohnt sich. Also das ist ein guter Invest mit einer kurzen Amortisationszeit. Herr Steffen, herzlichen Dank für die Impulse, die wir von Ihnen bekommen haben. Gerne. Dankeschön. Danke. Ja, das war es für heute. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Denkanstöße geben. Die Nächsten warten übrigens schon wieder auf Sie in unserem zweiten Teil von Wie viel Management braucht das Handwerk? Dann zum Thema Unternehmer sein statt selbstständig. Gerne wieder reinschauen. Bis dahin. Wie viel Management braucht das Handwerk? Also, bis dahin. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020